Willkommen, mein Name ist Urs Reinhardt und ich zeige Ihnen jetzt ein Schnäppchen von der Firma Willi Schillig und zwar das Modell 165-55 als zweiteilige Wohnkombi mit Longchair in einem pflegelechten Mikrofaserstoff. Nun, die Garnitur ist ganz klassisch, das stört nichts, das geht nicht aus der Mode. Sie haben viel Platz, aber Sie haben noch mehr Platz durch diesen Beschlag, den haben Sie nämlich hier drin. Den haben Sie hier drin und den haben Sie hier drin. Und dann haben Sie eine richtige Liegewiese, jeder kann es sich bequem machen von der Familie, jeder hat genügend Platz. Einen schönen dünnen Eichesockel haben wir und hohe Füße, sodass das Ding nicht zu groß wirkt und einen sehr pflegelechten Mikrofaserbezug. Deshalb kann ich mir auch diesen hellen Farbton leisten. Ich klicke den Schmutz wieder weg. Advertising. Profi-Schnapp.de hat gerade ein Schnäppchen von diesem Willi Schillig-Modell 165-55, nämlich dieses. Das ist ein Kundenstorno für 1290 Euro, ein Bruchteil des normalen Preises plus Versand. Profi-Schnapp.de. Ihr Outlet für Markensofas, dankt für Ihre Aufmerksamkeit und empfiehlt Ihnen 165-55 von Schillig. Dankeschön. Und tschüss, Ihr Lutz Reinhardt. Dankeschön. Dankeschön.